Wir haben uns den richtig erarbeiten müssen heute und jetzt letzten Endes beim Schleppen im ganz flachen Wasser auf einen hybrider Bobbler. Ja, das ist er jetzt. Wenn die Pikes viel essen und die Temperatur in der Wasser steigen, die Pikes von den Schleppen Das ist doch geil, Adi-Hakim. Nicht groß, aber gar nicht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR